Das wird dieses mal eine ganz große Nummer. In dieser dreckigen Szene ist es schwierig, sich einen Namen zu machen, aber am Ende gehören wir alle zusammen. Kein Alleingang. Das lange das Werkzeug steht, wird so versauberer Sache. Was viele nicht sehen, hier gehören dazu, ob sie wollen oder nicht. Kerstin, Teil der Kultur.